Ich kann mich noch gut an einen Flug erinnern. Ich denke, es war einer der letzten Flüge Hongkong, München, kurz vor Einbruch des Nachtflugverbots. Und uns wurde noch mitgeteilt, dass man etwas warten müsse, weil es technische Schwierigkeiten gäbe, aber man bemüht sich, das Flugzeug schnell zu reparieren. Und immerhin, eine Stunde später gingen wir an Bord und es ist schon ein mulmiges Gefühl, in einem Flugzeug zu sitzen, das schnell repariert wurde. Aber wir flogen raus und alles fühlte sich soweit gut an, bis plötzlich eine Ansage kam, die allerdings nicht so war, wie sie üblicherweise der Fall ist mit den Worten, sehr geehrte Fluggäste, wir nähern uns gewissen Turbulenzen, bitte schnallen Sie sich an. Die Ansage war kurz und knapp und sehr laut und sie lautete, Cabin Crew, sit down. Und im gleichen Moment warf sich die Kabinenbesatzung auf die Stühle, schnallte sich an und es ging schon los. Ein Rauf, ein Runter, ein wie in einer Waschmaschine, ein Flummi-Ball, es war ein einziges Hin und Her und ich saß mittendrin. Gott sei Dank angeschnallt, anders wäre wahrscheinlich mein Kopf jederzeit an die Decke des Flugzeugs gestoßen. Und das Ganze ging nicht eine Minute, nicht zwei Minuten, nicht fünf Minuten, nicht zehn Minuten, 20 Minuten, rauf, runter, rauf, runter, Angst, geschüttelt. Und sie sitzen da drin, können nichts tun, haben einfach Angst. Und sie sind ohnmächtig, ohne Macht Einfluss auf die Situation zu nehmen. Und irgendwann bin ich mitten in diesem Getöse eingeschlagen. Später, nach einer glücklichen Landung in München, fragte ich die anderen Passagiere, was war da los, was ist passiert? Aber die einhellige Antwort war, wir sind eingepennt. Und anscheinend haben wir Menschen einen Schutzmechanismus, der uns gerade dann einschläfen lässt, wenn wir eben ohnmächtig sind und eh nichts tun können. Und ich habe manchmal Sorgen, dass wir in vielen Situationen, in unseren Alltagsroutinen einfach einschlafen und gar nicht merken, dass wir vielleicht auf Katastrophen und wenn es nur die Katastrophe der Langweiligkeit ist, zusteuern. Und ich möchte Sie auffordern und bitten, manchmal aufzuwachen, die Ohnmacht beiseite zu schieben und das Leben zu leben.